Herzlich willkommen bei Duxon Photography. Wir sind in Malaga unterwegs. Wir machen hier ein paar Bilder, einfach ein bisschen von der Architektur, um so ein bisschen das Gefühl einzufangen. Wir haben hier ganz tolle Balkone, ganz tolle Farben auch, viele Details, die so an den Decken hängen. Wir schauen mal hier. Also eine ganz andere Architektur als in Deutschland und wir laufen mal rum und knipsen so ein bisschen. Wir sehen die Ergebnisse gleich im Anschluss. Viel Spaß! Musik 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 Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Musik 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 Hier ist er noch. Hier ist er noch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020